herzlich willkommen liebe zuschauer zum tipp der woche sie haben es mitbekommen der handelsstreit zwischen den amerikanern und den chinesen geht in eine verlängerung wie lange diese verlängerung geht wissen wir nicht möglicherweise bis ende juni wobei auch da nicht sicher ist dass es zu einer einigung kommt man will zumindest weiter verhandeln nachdem man eben am freitag ergebnislos die gespräche in washington abgebrochen hat das ganze wirklich natürlich auch negativ aus auf die börsen und was unseren tipp der woche betrifft da kommt noch ein downgrader zu es betrifft bechtle den it-dienstleister der natürlich das muss man auch sagen in den letzten monaten seit jahresbeginn unfassbar gut gelaufen ist wir sehen es hier dass die aktie im bereich 62 euro eben im tiefnotierte jetzt dann kurzzeitig die 100 euro marke übersprang und dass da mal ein bisschen luft raus muss das denke ich mal kann jeder nachvollziehen metzler sagt kurs ziel 95 nachdem man das ursprüngliche von bei 85 hatte aber was was wir sehen einmal hier haben wir eine sehr starke unterstützung bei 90 aber was auffällig ist dass wir uns sehr weit von der 200 tage linie entfernt haben die knapp unter 80 läuft also da waren wir 20 euro weg und das hatten wir jetzt in der vergangenheit so in dem starken ausmaß nicht also von daher denke ich mal schon dass wir uns irgendwann der 200 tage linie wieder annähern werden wir sehen es ja hier da hatten wir den bruch dann den starken anstieg hier wieder getroffen dann ging es in die andere richtung eben hier wieder darüber hinaus also man wird sich immer wieder dieser 200 tage linie annähern die frage ist natürlich wann und auf welchem niveau weil natürlich die jetzt nachziehen wird aber ich denke mal im bereich von 85 euro kann das durchaus der fall sein in den nächsten acht bis zwölf wochen deswegen eben unsere empfehlung auch ein bechtle put option schein mit dem man eben auffallende kurse setzt die wkn ist die hx 7 w a 9 der schein hat eine laufzeit bis dezember dieses jahres die basis ist bei 90 euro also hier sind wir noch aus dem geld aber ich denke mal wie gesagt 85 euro wenn wir erreichen sollten dann kann man mit diesem schein doch eine ordentliche rendite einfahren den stopp setzen wir bei 50 cent ja rückblickend auf basf war die empfehlung natürlich nicht gut muss man ganz klar sagen wir hatten auf eine technische erholung spekuliert im bereich der chemieaktien natürlich auch gehofft dass es im handelsstreit zwischen amerika und china zu einer lösung kommt das ist nicht passiert entsprechend kommen die zykliker unter druck und eben auch bsf wir sehen es hier in der wochenperformance einmal die schwache entwicklung und auch im übergeordneten chart wir haben die 200 tage linie wieder nach unten gebrochen damit ein neues verkaufssignal generiert was auch schon bestätigt wurde wir sind seitdem um knapp acht prozent gefallen laufen jetzt hier auf diese unterstützung im bereich 64 euro zu also schaut nicht ganz so gut aus und wir brauchen hier wirklich in zu in in naher zukunft positive nachrichten was vielleicht den handelsstreit betrifft ansonsten dürfte auch das produkt das wir letzte woche empfohlen haben ausgestoppt sein wir sehen es hier empfehlungskurs für den discount call war zwei euro 95 aktuell 245 ich habe gehört dass der mittlerweile noch ein bisschen weiter gefallen ist und sich dem stoppkurs von 2 euro 30 nähert also da bitte ein auge drauf haben nicht dass sie da noch stärker in die verlustzone geraten das war es von meiner seite schon wieder für diese woche ich wünsche ihnen viel erfolg beim traden und ich würde mich freuen wenn wir uns in einer woche wiedersehen tschüss